Hi und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt heute wieder bei unserer Black Widow Challenge und zwar im Part Nummer 19. Ich nehme diesen Part direkt im Anschluss auf, weil wir stehen kurz davor, unsere Verlobungsfeier heute zu machen, also ein Verlobungsessen für unsere Freunde und Familie zu geben. Das möchte ich jetzt gerne auf alle Fälle noch aufnehmen. Den letzten Part haben wir quasi kurz vorher beendet. Es läuft gerade ganz gut, hätte ich gesagt. Deswegen, ich brauche gar nicht viel erzählen. Wir haben noch zwei Stunden Zeit. Es ist jetzt Freitag, 16.12 Uhr bei den Sims. Und in zwei Stunden kommen die Gäste und die Party geht los. Und deswegen rede ich gar nicht lange drüber rum und sage viel Spaß im Part und let's go. Wir sind genau hier, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Carol hat gerade Alessia angenörgelt, weil sie so schlecht in der Schule ist. Alessia geht es im Moment ziemlich schlecht. Sie ist müde. Sie ist in ihrer Bärenphase. Sie möchte eigentlich den ganzen Tag in einem Bärenkostüm rumlaufen. Angespannt. Die Schule läuft nicht richtig. Sie hat einen Dreierschnitt, obwohl es eigentlich ganz gut ist von der Leistung. Und sie wird ständig im Haushalt nur gezwungen, irgendwas aufzuräumen, zu putzen. Und sie macht Carol sowieso nie recht. Und ich finde, das sieht man Alessia, wenn man es so will, eigentlich auch an. Sie hasst es eigentlich, hier zu sein, aber sie hat einfach niemand anderen mehr. Und es wäre jetzt ja an der Zeit, mal aufzuräumen. Es sind ein paar Sachen, die stehen, die stinken rum. Da muss sich Alessia auch drum kümmern. Sie hat so ein bisschen Aschenputtel-Status in dieser Familie erreicht. Und das wird sich Carol jetzt auch zu Nutzen machen, denn in zwei Stunden beginnt schon die Verlobungsfeier. Und ihr seht, sie ist noch ziemlich verschwitzt und noch in ihrem Sportoutfit, weil sie jetzt gerade trainiert hat. Sie wird sich jetzt schön machen und Alessia wird aufräumen müssen. Darum wird sie jetzt Alessia befehlen, zu putzen. Man sieht schon, die beiden mögen sich nicht besonders. Mach jetzt gefälligst hier den Tisch sauber und räum alles weg, dass für die Verlobungsfeier alles steht. Und da lässt sie ja schon dabei, jetzt erstmal das ganze Geschirr wegzuräumen. Sie ist eigentlich super müde, super müde. Carol stellt ihr die Sachen noch in die Nähe. Und damit sie bei ihrer Verlobungsfeier natürlich schön aussieht, macht Carol jetzt erstmal ein Muskelentspannungsbad, weil sie war ja gerade eben trainieren und sie ist völlig verschwitzt und so kann sie sich nicht sehen lassen. Hideki hat sich auch schon einigermaßen frisch gemacht. Oh nein, der ist auch müde. Hideki, es tut mir leid. Geh nochmal auf Toilette und dann kannst du ganz kurz ein Nickerchen machen, aber du musst dann bitte frisch sein. Die Gäste kommen schließlich in der Stunde. Carol chillt noch in der Badewanne. Wenn sie damit fertig ist, wird sie auch mal auf Toilette gehen. Genau, oh Gott, jetzt kommt schon die Erinnerung. Hideki, steh auf. Alessia, hast du alles sauber gemacht? Nein, hier steht noch eine Tasse rum. Gut, dass Candy sagt, dass sie los muss. Sie muss los, weil sie in der Stunde wieder hier ist. Aber gut. Okay, Hideki schläft jetzt noch ein Ründchen. Alessia räumt auf, genauso wie es sein soll. Die Bücher soll sie auch weglegen, damit es hier nicht so rumsteht. Oh nein, Alessia ist schon wieder vor lauter Müdigkeit zusammengebrochen. Nein, Girl. Carol wird sie erstmal aufwecken. Es geht ja schließlich nicht, dass hier eines unserer Kinder am Boden schläft, wenn die Gäste kommen. Komm schon, Girl. Steh auf. Und wir haben, mir fällt gerade auf, ich habe überhaupt nichts anzubieten, gell? Irgendwie an Getränken oder so? Vielleicht sollte ich eine Bar reinstellen, damit wir wenigstens, wenigstens ein bisschen was an Getränken anbieten können. Ich habe doch hier draußen auch immer noch Platz. Ich stelle uns einfach eine Bar hier draußen hin und dann können wir einen Barkeeper beauftragen. Wenigstens für die Dauer der Verlobungsfeier. So. Carol, dann stell doch bitte einen Mixer ein. Die 100 Simoleons, die haben wir. Und vielleicht können wir einen Caterer auch noch nehmen. Los geht's. Personal einstellen. Caterer engagieren. Okay, Hideki, bitte aufstehen. Die Party geht hier jetzt los. Alessia ist schon wieder am Aufräumen, die Bücher noch wegbringen. Okay, die Barkeeperin ist, glaube ich, schon da. Okay, Trinksprüche. Ich brauche noch den Feierlichkeiten-Trinkspruch-Eimer. Den habe ich vergessen. Festlicher Trinkspruch-Eimer. Sehr gut. Und dann wird Carol einfach schon mal zu den Gästen hingehen und die Verlobung bekannt geben. Aoi ist irgendwie immer... Ich weiß nicht, die war mal unsere Butlerin. Und seitdem sie es nicht mehr ist, kommt sie immer so ein bisschen zu besuchen. Sieht immer vogelwild aus. Das sind unsere Schwestern im Übrigen. Nanami ist auch da. Und unsere kleine Schwester als Teenager erst mal zack an die Bar. Hideki gönnt sich erst mal einen Kaffee. Ja, ich verstehe es. Hä, es kommen echt einige Leute. Es kommen so ziemlich alle, oder? Das ist cool. Carol ist schon mitten im Gespräch. Die Schwester ist auch dauernd angespannt oder irgendwie schlecht gelaunt. Haben wir denn hier eigentlich keine Lampe? Oder ich habe den Eindruck, es ist so dunkel hier draußen ständig. Ich glaube, hier ist keine Lampe installiert. Tut mir leid, Leute, dass ich ständig in die Dings wechseln muss. Ich muss hier mal nochmal kurz eine Lampe installieren. Wenn es ja vogelwild hier so finster die ganze Zeit, ich denke mir schon. Okay, jetzt haben wir auch Lampen. Jetzt haben wir auch Lampen im Wohnzimmer. Wow, okay. Die Bude sieht so voll aus. Oh mein Gott, die ganzen Leute. Aber sie sitzen einfach draußen. Es ist zwar alles zugeschneit, aber sie sitzen da trotzdem. Wir schwärmen von der bevorstehenden Hochzeit. Brand. Hey, übrigens, ich bin verlobt. Schon wieder. Ist das nicht ein tolles Loft hier? Macht sie denn auch was zu essen? Warum stickt sie denn bloß? Ist sie nicht unsere... Ist sie nicht die Caterer-Dame? Naja gut, was soll's. Ich bitte mal alle hierher zu kommen. Lasst uns Trinksprüche... Oh Gott, die Leute erfrieren hier gleich draußen. Komm schon, lass die Leute reingehen. Oh je, daran habe ich nicht gedacht, dass die Leute hier draußen erfrieren. Oh oh, oh oh. Brand, vielleicht solltest du reingehen. Ich sag's ja nur. So, jetzt sind viele Leute hier. Und Carol fragt jetzt, ob es nicht schön wäre, dass wir ein paar Trinksprüche ausbringen. Lasst uns Trinksprüche ausbringen. Und dann fängt sie gleich mal an. So, auf meinen zukünftigen Ehemann und mich auf eine hervorragende Zeit mit viel Reichtum. Komm Hideki, könnt ihr auch noch mal was sagen. Oh ja, unsere Freundin hat auch was gesagt. Candy hat auch was los, ist auch was los geworden. Wie süß. Und jetzt sagt Hideki noch mal was. Schön, dass ihr alle da seid, Leute. Auf euch. Auf eine gute Zeit. Vielen lieben Dank. Sponsor! Ja, wie süß. Wie süß. Und er isst jetzt noch mal was. Carol brustet hier hinten auch immer noch fleißig. Und endlich fängt auch mal die Cater-Dame an, was zu kochen. Und ich gebe ehrlich zu, es sieht hier langsam eng aus. Für Brand. Ich habe ihn aber doch schon reingeordert. Ich sage ihm jetzt, dass er gehen soll, weil ich glaube, sonst erfriert uns der hier draußen. Der Barkeeperin macht das nicht viel aus. Die Becca Clark ist da hart im Nehmen. Okay. Ich rette dir dein Leben, Brent. Ich sage es dir. Ich rette dir dein Leben dafür, dass ich dich jetzt nach Hause schicke. Aber es geht nicht anders. Ja. Hier hat sich eine Gruppe gebildet, ich weiß nicht, die so ein bisschen abseits von dem ganzen Party machen. Carol, wenn du schon mal hier bist. Vielleicht sollten wir mit ihm einfach mal weiter Kontakt knüpfen. Wer mit Mordheimer? Immer wieder mal gesprochen. Der begleitet uns eigentlich schon eine ganze Weile von Anfang an. Wir bedanken uns jetzt mal fürs Kommen. Und wer bist denn du? Justin Delgado. Einfach mal nett sein zu den Leuten. Erzähl, dass du verlobt bist und frag, was er für einer Karriere nachgeht. Er ist auch ein Erwachsener. Er sieht so jung aus, gell? Ein paar Freunde machen, das schadet auf keinen Fall. Vor allem, wenn sie männlich sind. Justin, du bist auch interessant. Lass mal quatschen, mein Lieber. Ich erzähle ihm jetzt mal. Ich zeige ihm ein paar Fotos. Wie auch immer. Ich danke ihm, dass er gekommen ist. Unser Verlobter ist schlafen gegangen. Hideki. Hideki, Mann. Ähm. Lass mich nicht alleine. Bitte, bitte, schmeiß dich nochmal in ein gutes Outfit und hilf mir, die Leute hier bei Laune zu halten. Kannst du nicht eine Runde schmeißen oder so? Lasst uns trinken. Es gibt eine Aktivität. Lasst uns trinken. Ich versuche das mal. Geht das? Und Carol sollte vielleicht ihren Verlobten auch mal knutschen vor den ganzen Leuten. Damit sie wissen, dass es die wahre Liebe ist. Die dritte wahre Liebe. Dass sie denken, oh, guck, wie verliebt sie sind. Was tut man nicht alles, um diesen Schein aufrecht zu wahren? Also, er ist ja toll, keine Frage. Aber ich glaube, dass uns das bald auf den Nerv gehen wird, dass er Spinner ist. Ich genieße die Zeit, die wir zusammen verbringen, wirklich sehr. Ich glaube, wir stehen uns dadurch jetzt näher als je zuvor, sagt er zu ihr. Wie nett. Okay, wir haben die Getränke auch geschafft. Oh mein Gott, der Mann... Ach, sie... Oh, äh. Er macht ihr eine Massage vor den ganzen Leuten? Naja, gut, so haben sie sich kennengelernt. Ist irgendwie auch, ähm... Okay. Ich hab's nicht gedrückt. Ich hab's nicht gedrückt. Ein Verlobungsessen, wo wir Zeuge davon werden, wie er ihr die Massagen gibt, weswegen sie ihn kennengelernt hat. Aber sie hat ihnen ja gesagt, hey, wenn wir dann zusammen sind, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich von dir regelmäßig Massagen kriegen würde. Er hat gesagt, kein Problem, Schatz. Natürlich gerne. Und da sind wir nun. Das Verlobungsessen scheint ein richtiger Erfolg zu sein. Wir haben bis die beiden Erfolge, die wir feiern mussten, also Trinksprüche ausbringen und Getränke ausgeben, haben wir bis jetzt schon geschafft. Und ich finde, es ist eigentlich ein ganz cooler Abend. Die Kinder schlafen, die Leute verstehen sich. Bislang ist noch keiner gestorben und erfroren, da bin ich schon recht glücklich. Ich gebe zu, es ist ein bisschen strange, dass sie jetzt hier massiert wird, aber es scheint auch niemanden zu stören. Die Leute gehen jetzt, weil es ist spät. Okay. Die meisten sind gegangen. Okay, und Hideki ist ja auch müde, dann kann er ja jetzt schlafen. Und Carrie und Hideki gehen eigenständig schlafen. Die Küche sieht aus, um Gottes Willen, die hat... Ist das das Einzige, was die gute Dame machen konnte? Ein Caprese-Salat. Sie hat eins, zwei, drei, vier, fünf Caprese-Salate gemacht. Das ist bedenklich. Ich muss jetzt leider Alessia aufwecken, weil sie ist ja hier zuständig, die Sachen aufzuräumen. Deswegen alle in den Kühlschrank. Carol hat die vorher schon eingebläut. Sie muss die Sachen, die Sachen wegräumen und Carol erwartet, dass am nächsten Tag hier alles wieder picobello ist. Deswegen, Girl, guten Morgen. Oh Gott, dir geht es so schlecht, gell? Duschen, Spaß, Hunger, Bieseln, alles. Okay, eins nach dem anderen. Zuerst musst du leider dein Kram erledigen und dann darfst du auf Toilette gehen. Ich weiß schon, nur die Sachen in den Kühlschrank. Okay, mit dem angefangenen Essen kann sie nichts als Kind. Kann sie nicht interagieren, das kann sie nicht wegräumen oder weitermachen. Es ist zwei Uhr morgens. Sie ist einigermaßen ausgeschlafen. Jetzt lasse ich sie auf Toilette gehen und duschen. Und dann kann sie sich kurz noch etwas zu essen nehmen, wie zum Beispiel einen Joghurt. Oh, Ben hat Hideki aufgeweckt, weil er Hunger hat. Hideki kocht doch einfach die Macaroni und Käse weiter. Er steht auf und geht trainieren um drei Uhr morgens. Alessia holt sich jetzt auch kurz was zu essen. Ach schau, es war überhaupt nicht nötig, dass er ihn geweckt hat, weil er hat nämlich einen Cabrese-Salat gefunden, der Kleine. Aber gut, Hideki ist gerade einigermaßen gut drauf. Dann kann er ja jetzt hier die Sachen fertig machen, die gerade in der Mache waren. Alessia isst gerade den Joghurt. Und wenn sie schon mal dabei ist, wenn sie schon mal wach ist, dann wären vielleicht die Hausaufgaben nicht schlecht. Wir müssen ja deine Schulnoten ein bisschen verbessern. Oh nein, wer ist denn jetzt er? Junge, auf wen hat er es denn abgesehen? Äh. Oh nein, auf das Kind. Nein, geh weg. Dass die einfach hier reinkommen, gell? Okay, er geht wieder. Selbst hier draußen steht noch Essen. Boah, Hideki, könntest du das bitte alles irgendwie mal verwerten oder wenigstens aufräumen? Wir müssen Hideki außerdem bitten, seine Fähigkeiten auszubauen, sodass er weiter befördert wird. Er muss Level 2 der Fähigkeit Forschen und Debattieren erreichen. Das geht mit einer Forschungsarchivmaschine, dem Podiumset durch Schreiben und Veröffentlichen einer Forschungsarbeit am Computer. Okay, also ich glaube, wir brauchen eine kleine Büroecke für ihn. Die kriegen wir vielleicht im Schlafzimmer noch unter. Üben vor dem Spiegel. Das können wir ihm auch machen lassen. Debattieren üben. So geht es wahrscheinlich schneller. Geht der Kleine jetzt schon wieder jemanden wecken? Was stimmt denn mit dem nicht? Was will er denn? Weil er baden muss? Aber es wäre doch ein Erwachsener wach gewesen, Junge. Okay, ich glaube, dass Carol sowas überhaupt nicht duldet. Deswegen sie ihn jetzt erstmal wieder zurechtweist. Denn aufgeweckt zu werden ist überhaupt nicht in ihrer... Das liegt ihr überhaupt nicht. Deswegen holt sie den Kleinen jetzt mal an und sagt, hör auf, rüber zu kommen und mich aufzuwecken. Dann muss sie seine Windel wechseln und sie muss ihn schon wieder baden. Ben baden. Ich weiß nicht, warum Ben so dermaßen oft gebadet werden muss. Das ist echt unfassbar. Okay, und Alessia... Und sie hat ja schon ein Handy. Sie kann mal eine traurige SMS schicken. Wenigstens ein Väterchen Frost. Es wird Zeit, dass sich die Kleine mal ein paar Freunde sucht. Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß, weil Spaß niedrig. Also es wird Zeit, dass sie sich... Vielleicht können wir ihr ein Tagebuch kaufen, dass sie dann mal ihre Sachen aufschreibt und dass sie das, was sie quasi hier erlebt, in einem Tagebuch verarbeitet. Oh nein, Alessia macht Schmarrn. Oh, 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 das wird Carol gar nicht gerne sehen. Deswegen sie jetzt sofort von Carol zu hören kriegt. Wenn sie den Dreck macht, dann kann sie den Dreck auch selbst wieder wegputzen. Was fällt dir ein, hier eigentlich diesen ganzen Dreck zu veranstalten? Ich sag dir gleich, wer den wegputzt. Ich bin's nicht. Oh nein, Carol, nicht du. Also Alessia, musst du leider deinen Dreck jetzt auch wieder wegputzen. Das hilft ja nichts. Sie möchte jetzt gerne was lesen. Aber das geht nicht. Girl, du musst zuerst deinen Dreck wegputzen, hat Carol gesagt. Eigentlich wollten wir doch das Kind baden. Carol, was ist daraus geworden? Und die Dekir hat wenigstens die forschen und debattieren Fähigkeit Stufe 1 schon mal erreicht. Wir kommen langsam aber sicher dahin. Er braucht aber zwei. Alessia hat das Mutlid mit beiden Beinen im Leben. Alessia kann sich nicht ewig von der Angst leiten lassen, einen geliebten Sim zu verlieren. In der Nähe eines Sims zu sein, den sie sehr mag, weckt in ihr den Wunsch, das Leben voll und ganz auszukosten. Ich weiß ja nicht genau, wen sie besonders gerne mag, aber es ist wahrscheinlich Ben. Ben ist, glaube ich, der Einzige in dieser Familie, den sie wirklich mag. Ihr kleiner Bruder. Weil der kann auch nichts dafür. So, Carol, einmal vielleicht was essen und dann Ben Baden, wie gesagt, wäre deine Aufgabe. Ich lege jetzt hier mal ein Tagebuch hin, was wir Alessia geben. Und dann kann sie anfangen, in ihr Tagebuch zu schreiben. Vielleicht hilft ihr das ein bisschen, den ganzen Mist zu verarbeiten, den sie hier so erleben muss. Wer weiß, was sie damit später mal macht. Vielleicht sieht sie es, wenn sie erwachsen ist und ihr Tagebuch liest nochmal mit anderen Augen, was hier alles so passiert ist. So, Carol hat gefrühstückt. Oh mein Gott, unser Einrichtungsauftrag beginnt ja. Begib dich rechtzeitig zum Grundstück des Kunden, um mit ihm zu plaudern, um mehr über seine Vorstellungen zu erfahren. Oh. Und Candy ruft an. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Carol. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Dylan Sigworth besser kennenlernen sollte. Er scheint recht nett zu sein. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich kenne ihn nicht. Oh je, Carol muss zum Einrichtungsauftrag. Jetzt schon? Hat er denn schon seinen zweiten... Er hat schon erledigt seinen Debattierauftrag. Okay, wir baden jetzt noch kurz das Kleinkind und dann müssen wir los. Ich will sie jetzt... Ich weiß nicht, ich will sie eigentlich nicht alleine losschicken, weil wir wollen ja schauen, was das so für Leute sind. Aber, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zum Inneneinrichtungsauftrag aufbrechen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle und würden dann beim nächsten Mal den Inneneinrichtungsauftrag abschließen und schauen, wer uns da so bei Rocker über den Weg läuft. Ich glaube, wir waren noch nicht bei ihnen. Ich bin gespannt, wer das überhaupt ist und wo die wohnen und wie sie leben. Es ist ja immer ein guter Einblick für Carol, mal zu gucken, wer sich denn da so befindet. Und obwohl jetzt dieser Part relativ kurz war, muss ich ganz ehrlich sagen, ist doch viel passiert. Wir haben unser Verlobungsessen gegeben. Wir haben die Beziehung zwischen Carol und Alessia. Wir merken ganz stark, dass es in eine Richtung geht, Alessia muss einfach machen. Alessia hat jetzt wenigstens ein Tagebuch, wird es darin mal ein bisschen anfangen zu verarbeiten. Und Hideki ist schon mal deutlich in seiner Karriere. Wir wissen, was es jetzt braucht, forschen und debattieren. Und dieses Dozentenportfolio zu benutzen, ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Das müssen wir noch herausfinden. Aber ich würde sagen, als nächstes Carol wieder zurück in ihrem Job ein bisschen Geld verdienen und weiterhin Hideki antreiben, dass auch er Geld in seinem Job verdient. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich immer über einen Daumen nach oben freuen und oder einen Kommentar oder ein Abo. Deswegen sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.